ja willkommen mein namens dann über die und ich begrüße euch zurück zuletzt bei tels of hysteria in der letzten folge haben wir versucht die höhle dessen namen ich schon wieder vergessen habe zu durchqueren ja ich bin echt gut und so weiter und ja ich habe auf screen nicht ein sondern zwei level material dabei habe ich sogar ein paar sachen gelernt und zwar mit sorry habe ich gelernt rauer wind was eine höhere art von zerfleischende brise ist kann ich ja gleich im kampf zeigen und rose hat energiegeise gelernt kann ich auch gleich mal zeigen wir sind natürlich wieder kurz mal ab und ich muss jetzt mal hier im gasthaus überdachten weil ich brauche sk oder ja doch sk weil ich glaube ich weiß jetzt auch warum in einem part ich immer 0 sk hatte am anfang des kampfes weil mir ist aufgefallen nach jedem kampf gehen die sky immer so um 1 oder 2 punkte runter und mit so viel stadt dann am anfang des kampfes ist nicht gut also ja die beiden starten jetzt mal mit 0 sk im kampf das ist sehr sehr schlecht deswegen sollte ich mich hier mal erfrischen lassen allerdings konnte ich auch screen mich nicht erfrischen weil immer ein skid aufgetaubt ist kann weil ich nicht angeguckt haben natürlich Ja. Ja. Das sind verborgene Arzt, verborgene Arzt sind so... Normale Arzt, so wie, weiß ich nicht, ja, Sonic Frost und so, Kriegsarzt sind diese Angriffsdinger, langsam bekomme ich jetzt Lauferei und ähm, Seraphische Arzt, ja okay, können nur Seraphien. Stimmt, die können nur Magie einsetzen, ich bin da nicht aufgefallen, die können nur, also Kampfart, sag ich mal, mit X und äh, Magie. Kann man nicht solche Fähigkeiten? Ja, ich mache direkt noch mal, ja, ja. Gucken, es geht auch so, ja. 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 Ich hab' ich nur das Talent erlernt, von Fertigkeit, wo ich mir immer das nennt. Komm schon an. Aktionspunktsuche, oh cool. Dann ist man nix mehr, ist okay. Ich hab' wohl auch nicht der letzte gewesen sein. Ich hab' vom Sprecherpunkt aus. Egal. Ja. Guck mal, da draußen. Ja, hier ist auch einer. Ja, ich muss ja immer noch den Dingens hier zurückbringen. Den. Ja, wo ist auch immer. Hier, Cambrio Öle, genau. Ausrüstungsmäßig hat's glaub ich auch was geändert. Ich hab' jetzt nur die stärksten Sachen im Ausgröße anstatt hier, damit ich die erste Spalte irgendwie voll hab' oder so, weil langsam werden die Sachen doch schon sehr viel besser. Deswegen lass' man das mal. So, er kann schon voll viel Sachen hier. Er hat's Neck-Zubereitung, er mit seinen 22 schon. Na, wir müssen ja eigentlich da lang, ne? Oder? Aber ich will ja noch den lierenen Stern da haben, weil er ist ja, ja scheiß Landsehen, da hab' ich ja schon jetzt mal versucht zu finden. So, Level Up, bitte. Sagen wir mal, hier neue Attacke. Ja, toll, ich seh' nix. Wow, die Kamera, ne? Der zweite Angeführ von. Wie? 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 erlernen das hatte der plumpschild okay schwerträgen acht schnell schläge folgt von einem schnellen abschließenden stoß sehr geil ich habe auch gesehen ich kann ein paar mehr deutschland habe ich nicht schon glänzender spiel die zwei gelernt ok cool auch an der eifersucht geschickte panel schwung der mächtigen vollstimmen wir schon aufpeitschen ich habe gesehen einige können schon bessere heilart zu lernen was haben wir ja galopp flamme wenn ich ja immer die sie kann erfrischung lernen was soll ich haben also was schneide was soll ich besser erst mal wieder kann er lernt magius ja er kann rein heil eine heilung lernen gehen wir denen wieder die besten erst mal schrottwurf hat sie noch nicht gelernt ja woher lernt sie nicht egal da ich werde sie machen weiterkommen da ging es irgendwie nicht weiter glaube ich ne ich bin schon wieder bei euch habe irgendwie weil sie nicht wohl schon gestern und vorgestern aufnehmen war war diese höhle hat mich irgendwie so angekontzt beim ersten besuch sehen weil sie nicht mich ein bisschen vorgedrückt schwer das war nicht als auch vorwärts jetzt geht so oft die 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 zweite nach was zweimal den gleichen angriff an einer stelle wenn es das spiegel das neue schlafen also rache ist hier jetzt mit tiger klinge lightning tiger blade von zahnklinge stil habe ich fünf schlafen nach 234 achten so noch so da oben kommen irgendwie da hochkommen da muss ich glaube ich hier ganz rumlaufen und das hat mich schon an kurz dafür habe ich mich irgendwie gedrückt weil jetzt mal zwei jahren durchgegangen sind hier geht bloß weg bei extra zwei liga hoch trainiert weil ich ein bisschen stärker werden wollte jetzt mal level 31 was sind die gegner ja 37 also haben sie mal ein bisschen hektik durchgegangen hektisch meinig letztes mal erinnert sich heute mal ein bisschen wir können ja nicht runter laufen oder springen da war eine truhe ja ja ich bin jetzt mal durchgegangen ich habe mal ein bisschen ruhiger an muss jetzt zeit unbedingt hier ein herrscher des landes haben weil mir ist aufgefallen wir können nirgendwo hin wir können nicht zurück zum wald wir können nicht nach pendrago wir können nicht nach irgendeine andere stadt wir können noch last und will und zur wiese ist triumph ist gehen moment wir sind vollkommen abgeschottet von allen möglichen deswegen will ich erstens mein herrscher des landes und die weg abgeschottet wird stückig an korea der innober magleines so jetzt nachdenken jetzt einfach weiter ich meine letztes mal ging es gar nicht weiter am ende so dass ich mal gucken aber längst runter ok kola hat ein zwieback ist los man könnte auch mal wieder kochen dann aber mit dem sk zu tun ja ich will kämpfer mal gemacht zwei oder so jetzt haben wir 97 naja kann man mit den kämpfen zu tun deswegen soll ich öfter deswegen soll ich wohl öfter ihr gasthaus besuche einplanen ne weil irgendwann runter fall ist mir irgendwie darüber kommen ohne sagt so oder ich darunter fall genauso ja da war ja unten irgendwas ich weiß das kann aber ich bin so schnell durch gerannt letztens ich glaube nicht nach korea hat er nichts mit dem sk zu tun ich dachte wenn wir es kauf sind sind vielleicht auch die rezepte besser jetzt noch wüsste wie ich hier wieder hochkommen ja unser ding noch mal ja hier muss ich darüber kommen ich komme echt nicht weiter den ganzen weg umsonst gemacht ich bin schon wieder ich bin schon letztens hier weit gegangen wir können ja nicht die quest hier vor der nase halten wenn ich die durch erfüllen kann wäre ein bisschen gemein so gut dass irgendwann müssten ja wohl alle dinger weg sein ja ich drauf gehen kann aber nur nicht rührkuchen schnell tut er jetzt noch mehr stellen so wir müssen darüber war und da aber da schon ja ja ich meine da ging doch kaputt da bin ich da letztens irgendwo anders es geht weiter auch kaputt sind hier durch endlich das war schlimmste teil gesamten spiel das war eine blase auf einsetzen ja okay so und c unter plätschen verdammt ich hätte ein essen sollen ich habe 15 von einem gericht schon hat gibt es ja nicht spaß wird natürlich jetzt wieder herauszukommen am ende so gefühl geht weg ich habe genug drin er hat schon zu voll von kämpfen und da war nix wo wäre der herrscher ist ganz irgendwo noch verbunden auch wenn ich jetzt so weit von gar keine lust wenn wir das ein stauern so gesund hat man bitte wieder ja fast geschafft ja voll ja ja doch ich glaube man könnte da runter springen wahrscheinlich schnell weil war ja schon da um die ecke irgendwo da kann man glaube ich irgendwo unterscheiden stimmt ne du hast das mein gott ich hab mich schon so so bams ich hab gesagt bams wat schlussanteil wenn du im stand deiner stoz anzeige besorgt bist solltest du ausrüstung mit der saalgruppen fertigkeiten stärken mehrere oder kommunierte fertigkeiten geben dir mehr kraft als du für je möglich halten kannst ok es ist auch irgendwie komisch ich habe bei einigen karakteren glaube ich ein paar mehr sa da sieht man jetzt hier nicht und hier etwa 4 sa egal was ich hier irgendwie in der aus der schule glaube ich ich weiß nicht auf welchen ausrüstung teiler liegt weil irgendwie jedes mal scheinen hier ist runter zu gehen hier habe ich ein ausschließungsgegenstand ich irgendwie in der da kommt man wahrscheinlich zurück naja ist irgendwie sehr komisch herauszufinden ok sieht schon nach rückweg aus lassen wir erst mal na stürzt irgendwie unter mir ein und ich werde dann irgendwie am anfang das der höhle irgendwie so katapultiert und dann muss ich noch mal ganz weg gehen uah Herr Scheiß-Landes bitte melden Sie sich das sieht gefährlich aus hier oh gott habe ich da hingebaut ich habe den ganzen weg umsonst gemacht das würde mich maximal an kotzen entsprechend er an heute haben wir nicht ich komme den ganzen weg gemacht wo er hin zu kommen schon mal ein speicherpunkt da ist könnte ich könnte mich hoffentlich hin porten naja sieht es aus ganz umsonst gemacht geil wenn er jetzt unterirdischen zählst ja ich kann eben mal gut ich sollte vielleicht mal speichern ich traue ganz im wagen da kommt doch irgendetwas ich kann mich wahrscheinlich dazu einfach ist aber wenn ich vor bin ich ja zum ersten kontinent hierhin kommen kann er wo es gewohnt hat damit diese ganzen phantome und soweit alles fertig machen kann und die ganzen anderen gegner hier die mich geplattet haben zu dem zeitpunkt diesen komischen tiger irgendwie aber das war ich bestimmt mittlerweile fällig machen so kugel genau das habe ich gesagt das sind für den herrschers landes jahr ihre stein da der rei von wahlens wird offenbar degradiert und seine armee in der stadt besiegt hmm hmm Oh, it's creepy. 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 tun mit die glocken gesegnet hat sie gesagt und da welcher ich weiß auch nicht aber jetzt auch kein weiterer als gut es hat irgendwie da auf dem park im park in diesem eben schon das komische ding war mit dings gerät haben hier hat ich habe mir noch keine glocke und mini monolith hier nein wir können mit dir reden naja was hältst du von sind die feier ist jetzt was so viel sicher schauen wir mal was wir über das zum bäder ausgehen können anscheinend nix war ja niemand mehr reden ich habe bei den kunstwerken als ich hatte und so ein lied aus hellland geld vielleicht wir können anscheinend keine grenzen reden wir eben mit jedem typen oder jedes typ hier gehört der ist erst 40 jahre alt er lasse ihn doch habe ich bereits mal schon gesagt lasst den mann doch 40 seien also zwischen gegeben mann muss wirklich aufpassen wenn du ihn ausgesehen soll es jetzt nicht mit neustüber tanz wird okay es kommt immer noch nicht an mir herrsche als landes ich bin wieder waffen werden genau wie man fand aber ich habe keine roma tränen gast aus dem gast aus hey hallo kleine margaret aus dem gast aus soll davon gelaufen sein haben sie eine lücke eingeladen wer könnte ihn also verüben so etwas einen kindern sondern das ist doch krank aber ich habe ja gut reden keine finger habe ich berührt um mir zu helfen schon wieder hey da ist so ein kack timing manchmal oder wie ich aber sagen hallo wenn dem partner näher und wir machen dann diese mini quest im nächsten tag weiter würde ich sagen möchte ich bedanke mich alle als zuschauen sagt tschüss bis zur nächsten folge